Ich habe einen Gegenkandidaten aufzustellen. Wunsche es Mary blöd, meine Tochter, die euch jetzt auch nochmal so ne kleine, dreckige, schlampige Nummer praktiert. Wunsche nicht auf der Marmonade aus, weil ich mich immer teuer bin. Viel Spaß, Amiga! Mit Mary, 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 Mary blöd! So ein Mann, so ein Mann. So ein Mann ist ein chronisches Gewächs. Wenn er sexy ist, dann hat er Sex für Sex. Aber ist der temperamentlos? Ja, dann bleibt er nicht endlos. So ein Mann ist ein komisches Dreck. Ist er nicht zu mir, bekomm ich nen Komplex. Wenn ich den Komplex nicht bald verdrängen kann, komm ich niemals, komm ich niemals zu nem Mann. Und das wäre doch schade, schauen sie mich mal an. Weil ich in der Straßenbahn sah ein krasse Mann nicht an. Ich war ganz verwirrt, dass ich ihn sah. Bis zum nächsten Mal gestell, schlug mein Herz im Gesetzlichstell. Und wo der Stiebe ausfügt, ich saß da. So ein Mann ist ein komisches Dreck. Wenn er sexy ist, dann hat er Sex für Sex. Aber ist der temperamentlos? Ja, dann bleibt er nicht endlos. So ein Mann ist ein komisches Dreck. Ist er nicht zu mir, bekomm ich nen Komplex. Wenn ich den Komplex nicht bald verdrängen kann, komm ich niemals, komm ich niemals zu nem Mann. Und das wäre doch schade, schauen sie mich mal an. Auf dem Humor ruft der Hahn, hat bestimmt ein Grüßenwahn. Sie wurden einen Haar mit impulsiert. Und es fragten alle sieben, Darling, hättest du mich lieben? Glauben sie, der Kerl hat reagiert. So ein Mann ist ein komisches Dreck. Und wenn er sexy ist, dann hat er Sex für Sex. Aber ist der temperamentlos? Ja, dann bleibt er mich endlos. So ein Mann ist ein komisches Dreck. Ist er nicht zu mir, bekomm ich nen Komplex. Wenn ich den Komplex nicht bald verdrängen kann, komm ich niemals, komm ich niemals zu nem Mann. Und das viel, das schade, schauen sie mich mal an. Und das viel, das schade, schauen sie mich mal an. Und das viel, das schade, schauen sie mich mal an. Und das viel, das schade, schauen sie mich mal an. Schauen sie mich mal an. Oder? Ja, das war eklig. Aber das fühlt sich doch fast so an, wie nen Mann. Mh, top. Mh. Möchtest du dazu noch was sagen? Hallo, das ist echt, ich war uns. Liebe Leute, ich habe heute mein einjähriges Jubiläum. Hier im Hof. Ja. Mag man das glauben? Man mag das glauben. Es war eine wunderschöne Zeit wirklich. Und ich hoffe auch noch weitere tolle Jahre mit euch. Sehr schön. Mh.